Amazon und Co. Auch kleine Händler erreichen über große Plattformen wie Amazon sehr viele Verbraucher. Darf ihnen dieser Vertriebsweg versperrt werden? In einem eng begrenzten Feld sagt der Europäische Gerichtshof, ja. Hersteller von Luxuswaren dürfen den Vertrieb über Online-Plattformen wie Amazon oder Ebay einschränken. Dies entschied der Europäische Gerichtshof am Mittwoch in Luxemburg. Experten erwarten nun spürbare Folgen für den Online-Handel. Das Bundeskartellamt betonte allerdings, das Urteil beziehe sich nur auf Luxusgüter und nicht auf normale Markenware. Im konkreten Fall ging es um die Firma Coty, die exklusive Parfums und Kosmetika nur überautorisierte Händler vertreibt und diesen strenge Vorgaben macht. Unter anderem ist es den Partnern vertraglich verboten, die Kosmetika im Internet über sogenannte Drittplattformen zu vertreiben. Als ein Händler sie dennoch auf der deutschen Amazon-Seite anbot, beantragte Coty vor dem Oberlandesgericht Frankfurt eine Untersagung. Das deutsche Gericht sah in den Coty-Vertragsklauseln einen möglichen Verstoß gegen das EU-Wettbewerbsrecht und bat den Europäische Gerichtshof um eine Klarstellung. Die Luxemburg-Gerichte halten die Vorgaben aber für zulässig. Die Qualität von Luxuswaren beruhe auch auf ihrem Prestige-Charakter, der ihnen eine luxuriöse Ausstrahlung verleiht. Für solche Waren seien selektive Vertriebssysteme nach Coty-Recht erlaubt, wenn diese bestimmte Bedingungen erfüllten und der Sicherstellung des Luxus-Images dienten. Damit sei auch das Verbot eines Vertriebs über Drittplattformen-Karte rechtlich möglich, sofern es dazu beitrage, das Luxus-Image zu wahren, einheitlich angewandt werde und verhältnismäßig sei. Im vorliegenden Fall nimmt der Europäische Gerichtshof das an, überlässt die Überprüfung aber den Frankfurter Richtern. Die in dem Fall von Coty beklagte Firma Parfümerie Akzente interpretierte den Spruch des Europäischer Gerichtshof dennoch als deutlichen Erfolg für uns und den Online-Handel. Pauschalen Plattform verboten sei ein Riegel vorgeschoben worden, erklärte die Firma. Das Bundeskartellamt verwies darauf, dass der Europäische Gerichtshof sich offenbar nur auf echte Prestigeprodukte beziehe. Hersteller von Markenware außerhalb des Luxusbereichs hätten weiter keinen freier Brief, ihre Händler bei der Nutzung von Verkaufsplattformen pauschal zu beschränken. Auch eBay erklärte, das Urteil beziehe sich ausschließlich auf Luxusgüter. Allerdings erkennt es nicht ausreichend die Bedeutung, die Online-Marktplätze insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen haben, hieß es. Es wäre hilfreich gewesen, wenn der Europäische Gerichtshof die Gelegenheit genutzt hätte, ausdrücklich klarzustellen, dass Plattformverbote für Konsumgüter des täglichen Bedarfs rechtswidrig sind. Beim Verband der Vertriebsfirmen Kosmetische Erzeugnisse, GE, stieß die Luxemburger Entscheidung auf Zustimmung, Hersteller dürfen im selektiven Vertriebssystem Qualitätskriterien für Händler aufstellen, die auch für den autorisierten Internetvertrieb gelten.